Als Fußballer, der im Fußball was erklärt, er hört und ich kann es dir sagen, ich habe ja auch so Oberhausen oder kleine Vereine, die in die Kabine kam, da waren die Mucksmäuschen still drin gesessen und haben zugehört und ich glaube, ob das jetzt mitbaut. Die wissen alle, dass ich auch mal vielleicht nicht der hundertprozentige Profi war, aber das eine oder andere, wir lernen alle dazu, wir sind alle Erwachsener geworden und ich kann nur, wie gesagt, ich finde es schade, dass Lode zum Beispiel keinen Trainerjob in der Bundesliga hat. Also ich glaube, ganz kurz, und dann würde ich gerne auf den 1.20er kommen, weil wir auch immer eine Trainerbeschicht bekommen haben. Also ich glaube, dass es einen Verein in der Bundesliga gibt.